An deiner Stelle würde ich mir um Bärchensnerven Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit in deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst so'n Frauen verstehe. Das auch. Siehst du? Ja, aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queens Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay. Männer dürfen sich lächerlich machen. Das hat Charme. Bei Frauen wirkt es würdelos. Willst du mir damit sagen, dass Frauen nicht komisch sein können? Doch, komisch schon, aber nicht lächerlich. Weißt du, wenn wir zwei Schauspieler wären, ja, dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Willst du wieder rein? Ich will, dass du wieder bessere Laune kriegst. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Hm. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Ja, also war das ja eh ein Scheißstück.